Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Flinger Nord. Das Objekt verfügt über einen Balkon und einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 50 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 780 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Die thankler. Und da schwer. Das ist ein Muy K70 Grad. After C establature. Gavin anbeding様.